Hey Leute und willkommen zu einer Kanalvorstellung und zwar mein Cousin seinen Kanal und zwar, aber da werde ich auch was hochladen und zwar der Kanal heißt MCKT9900. Äh ja, normal wollten wir jetzt eigentlich der Affen Minecraft nennen. Äh, haben wir das einfach hier mal hingeschrieben und ja, wir haben noch keine Videos, das da ist jetzt das Erste und ja, bitte abonniert uns, also klar, abonnieren kostet ja nichts, wir haben schon zwei Abonnenten, obwohl wir noch keine Videos haben, aber okay. Und ja, ähm, was jetzt neu ist, wir werden, also wir werden Playlists machen, also ich zum Beispiel, er wahrscheinlich nicht, mein Cousin. Und ja, also schaut bitte auch mal auf dem Kanal German.MC vorbei, den schreibt man so. Also so, äh, würde ich bitten, dass ihr irgendwie abonniert, weil das ist mein Kanal, wäre schön, äh, den Background, eigentlich wollten wir, äh, einen anderen nehmen, aber haben wir jetzt für den entschieden. Und ihr könnt uns gerne Backgrounds senden, welche wir verwenden können, oder wir suchen zur Zeit noch nach einem Intro. Ähm, ich kann natürlich auch einen selbst erstellen, aber mir fehlt die Zeit im Moment dazu. Wäre schön, wenn mir jetzt, wenn uns jemand jetzt ein Intro erstellen würde und das dann per Skype oder so schicken könnte. Ja, auf jeden Fall, ähm, das war jetzt eine kleine Kanalverstellung von unserem Kanal und die wird auch auf German.MC hochgeladen. Und ich weiß nicht, vielleicht auch Mr. Thomas Justin werde ich dann sehen. Und ja, hiermit verabschiede ich mich dann und ciao. Und ja, hiermit verabschiede ich mich dann.